Guten Tag, mein Taunenbaum wurde von Termiten zerfressen, aber wir reden heute über interessante Themen. Wie zum Beispiel einen kleinen Rückblick vom Jahr 2016 und die Termine der nächsten Gamescom. Rückblickend auf das Jahr 2016, was kann man da sagen? Ich möchte das ungefähr unterteilen in zwei Parts, einmal was meinen Kanal angeht und einmal einen allgemeinen Teil, was mich selber betrifft. Und ja, wie fing das Jahr an? Das Jahr fing an mit Tomb Raider, wenn ich mich richtig erinnere. Das lief noch so aus dem Dezember und November letzten Jahres, so mit noch in den Januar hinein. Dann haben wir natürlich den 5 Minuten Mittwoch jede Woche versucht online zu bringen und das hat ja auch ganz gut geklappt. Da haben wir jetzt ein Jahr voll, also 52 Folgen. Die letzte Folge, die habe ich euch mal da oben irgendwo da so verlinkt. Autofokus. Oh mein Gott, ich darf nicht an den Tisch kommen. Ja, was kann ich noch sagen über das Jahr 2016? Das Jahr 2016 war natürlich mit der Gamescom, die jetzt noch größer geworden war. Natürlich unglaublich cool, unglaublich geil. War super, dass wir da in der Indie-Arena am Start sein durften. War cool, auf der Teamspeak-Bühne zu stehen und so weiter und so fort. Und war auch cool, den einen oder anderen zu treffen. Da war zum Beispiel der Indie-Bin, den kenne ich noch aus dem alten Netzwerk. Und ein paar andere YouTuber, die ich noch getroffen habe. Ein paar andere Indie-Developer, mit denen ich mich öfters getroffen habe im letzten Jahr. Die habe ich auch getroffen da. Und ja, dann wurde ich ja auch letztendlich Mitte August, Anfang September ins Top-Contributor-Programm, beziehungsweise Rising-Star-Programm aufgenommen von YouTube. Und war dementsprechend da auch auf diesem Meeting in San Francisco im Google-Hauptquartier. Das war auch eine ziemlich coole, ja, ich sage jetzt mal Erfahrung. Ich sage jetzt mal, in einer Reihe zu stehen mit Leuten wie zum Beispiel Jörg Spravo vom Slingshot-Channel oder Charla in Japan, wo dann halt wirklich, oder Veritas, oder Veritasium heißt der, glaube ich. Wo dann halt wirklich Leute da stehen mit Millionen Abonnenten und man sich einfach so mit denen unterhält. Oder zum Beispiel mit der Charla Sushi essen geht, etc. pp. Und das war schon eine sehr, sehr coole Erfahrung, muss ich sagen. Und ja, was kam danach? Danach kam der Vlogtober natürlich. Da auch nochmal liebe Grüße an die gesamte Gruppe, die da mitgemacht hat. War eine super Zeit, war auch eine tolle Erfahrung für mich. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung vom Vloggen und habe das versucht, so lange es irgendwie ging noch, vor der Uni-Zeit noch mitzumachen. Als dann die Uni letztendlich kam, war ja wie Faust vor der Wand. Da kann ich dann aber auch nichts mehr machen, weil ich halt komplett eingeplant war. Also was heißt komplett eingeplant? Weil mich das Studium einfach komplett verschlungen hat im Prinzip. Ja, dann hatten wir natürlich den Halloween-Stream. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken an das gesamte Team, was da mitgearbeitet hat. Da waren wir ja auch auf unserem Community-Server. Wenn ihr den Minecraft-Community-Server nicht kennt, Link habe ich nochmal oder die IP ist nochmal in der Beschreibung. Da kann jeder drauf joinen. Da haben wir auch ein Minigame gebaut, wo wir, ja, wisst ihr was, ich verlinke euch das auch mal hier oben. Also da erkläre ich das Minigame und da haben wir neuen Content für rausgebracht. Und wir schauen mal, ob wir da vielleicht nochmal neuen Content rausbringen. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das mal wieder sehen wollt. Ja, dann kam Tube-A-Game. Genau, am 18.11. hatten wir zusammen ein kleines Spiel programmiert. Und da kann ich auch schon direkt eine neue Ankündigung zu machen. Und zwar hat der Sascha mich gefragt, wie das denn aussieht zwischen Weihnachten und Silvester. Ob man denn da nochmal vorbeikommen könnte. Ich so, ja, klar, komm vorbei. Und da wird es dann wahrscheinlich so aussehen, dass wir endlich an diesem Spiel weiterarbeiten. Und wenn ihr euch da einbringen wollt, dann könnt ihr das gerne auch tun. Nun, schreibt uns einfach auf Discord, schreibt mir als Kommentar hier drunter was. Schreibt uns auf Twitter. Und dann gucken wir mal, dass wir euch da irgendwie unterbringen in dem Game. Und das ist egal. Also wir haben Sounddesign, wir haben zwei Grafiker, wir haben zwei Programmierer. Wenn ihr in C-Sharp programmieren könnt, dann sprecht uns an. Also da sind wir vollkommen offen. Das soll ja auch ein Community-Projekt irgendwo sein. Also von daher, gönnt euch das ruhig mal. Das macht richtig viel Spaß, mit sehr, sehr vielen Leuten da zusammenzuarbeiten. Und ja, schauen wir mal, was das so gibt zwischen Silvester und Weihnachten. Andersrum, zwischen Weihnachten und Silvester. Weil Zeit geht ja in eine Richtung. Pst, pst, egal. Allgemein war das für mich ein sehr, sehr stressiges Jahr. Ich hatte am Anfang des Jahres sehr, sehr viele Klausuren noch. Und im Anschluss daran ein vierwöchiges Praktikum. Sprich, ich hatte im Prinzip keine Semesterferien. Also der Zeitraum, wo das Praktikum war, das waren halt die Semesterferien. Aber das war ein Pflichtpraktikum und das kann ich halt nicht so einfach so in Luft auflösen. Ja, dann habe ich gekündigt bei meinem ehemaligen Netzwerk aus verschiedenen Gründen. Einige Leute wissen warum, andere Leute wissen es nicht. Ich möchte das jetzt auch nicht zu breit treten. Habe dann letztendlich gewechselt zu TGN. Habe da aber leider die Stelle als Community Manager nicht bekommen. Weil die halt, ich sag's mal, den deutschen Kanal nicht so groß haben, dass sich das da lohnen würde. Beziehungsweise es würde sich schon lohnen. Aber, ähm, ja, hm. Also, wie gesagt, sie brauchten halt im Moment keinen Community Manager, Punkt. Und da kann man natürlich auch nichts machen. Ähm, ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach ja, im Herbst habe ich jemanden kennengelernt. Das, äh, vielleicht kennt der ein oder andere sie schon aus verschiedenen Streams. Ähm, ja, das, äh, das ist vielleicht auch eine wichtige Information. Oder für mich, für mich ein, ein schönes Erlebnis gewesen. Ähm, dass man halt, äh, ich sag's mal, auch seine Passion mit jemandem teilen kann. Und, äh, das, äh, finde ich, finde ich sehr, 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 sehr gut. Und, ähm, ja, es, ähm, ich sag's mal, dafür, dass das Jahr so stressig war, waren die letzten beiden Monate, ich sag's mal, relativ erträglich. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zum nächsten Thema. Und zwar die Termine der Gamescom. Und zwar, genau, verstehe ich das auch noch nicht. Es wurde mir unter die erste Folge geschrieben, aber da ich die zweite Folge schon zu dem Zeitpunkt fertig produziert hatte, hab ich gesagt, nehm ich das einfach mit in diese Folge rein. Es geht, äh, darum, dass die Gamescom nicht mehr von Mittwochs bis Sonntags stattfindet, sondern von Dienstags bis Samstags. Und das verstehe ich noch nicht so ganz. Weil ich meine, eventuell würde das ja heißen, es kommen weniger Schulkinder. Weil Leute, äh, unter der Woche in die Schule gehen. Ne? Sollte man ja denken. Aber es sind ja Ferien. Das heißt, kommen mehr Schulkinder? Ich weiß nicht, wollen, wollen sie noch mehr Leute auf die Gamescom pushen? Weil ich meine, wie viele Millionen waren da jetzt? Anderthalb, zwei Millionen dieses Jahr? Muss das sein? Ich weiß nicht, ich stehe doch so schon zehn Stunden an, um mir einen Film anzuschauen. Einen Film! Egal. Ähm, aber vielleicht heißt es ja auch auf der anderen Seite, weniger Berufstätige. Ne? Das, sprich, Leute, die halt eventuell am Samstag oder Sonntag gekommen wären, müssen dann ausweichen auf die Woche. Ähm, und, äh, würde dann eventuell auch heißen, dass, äh, ja, dass sich die, ich sag's mal, dass es sich nachmittags dann entspannt. Ne? Beziehungsweise vormittags sowieso, weil halt vormittags Leute vielleicht noch arbeiten müssen und dann nachmittags ein bisschen mehr wird. Aber vielleicht dann auch, ähm, das Ganze so in den Abend rein verlagert wird, dass man praktisch erst ab 17 Uhr so ein, so ein, so ein Anstieg an Leuten in, äh, in den Hallen hat. Aber, ich mein, ich, äh, weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ganz ehrlich. Also könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, vielleicht hat's auch damit zu tun, dass mehr Leute aus der Branche in dem Bereich jetzt, äh, immer mehr tätig werden. Und, äh, dass man dann sagt, ja, dann wird das praktisch eine Arbeitsveranstaltung. Dass man wirklich dahingehend weggeht, dass das wirklich Consumer sind. Sondern, äh, die, die da halt hinkommen und sich Sachen ansehen. Ich mein, natürlich, die, die Gamescom ist ja auch dafür gedacht, dass man neue Sachen sehen kann, etc., pw. Aber primär ist hier auch irgendwo eine Informationsveranstaltung für, ähm, Handelsketten. Wie zum Beispiel GameStop. Oder für, ähm, für, für Developer und Publisher, dass sie sich zusammentun, ne? Dass, dass meinetwegen ein Developer sagt, jo, wir haben hier dieses, diesen supercoolen Prototypen. Und, äh, den würden wir gerne finanziert bekommen. Und das machen wir halt über einen Publishing-Vertrag, ne? Das meinetwegen, wir sagen, wir bauen ein neues, äh, COD. Und gehen zu Activision und sagen, jo, hier, guck mal, wir haben ein neues COD gebaut. Und wir würden das gerne, dass ihr das publischt. Und dann sagt Activision, ja, wir bekommen dann 80% der Einnahmen. Und ihr macht für 20% der Einnahmen die sämtliche Arbeit. Also so ungefähr läuft das ja immer. Ne? Und, und dafür werden die, äh, die aber schon im Voraus praktisch bezahlt, die Entwickler. Ne? Dass sie halt nicht entwickeln müssen und dann hinterher von den Einnahmen, äh, also praktisch erst Minus machen und dann versuchen müssen, diese Einnahmen wieder rauszubeholen. Weil, wenn das Spiel sich hinterher nicht verkauft, ist das praktisch die Schuld des Publishers im Endeffekt. Ähm, aber egal. Darüber möchte ich auch nicht so wirklich so lange reden. Ähm, sei es drum. Und zwar, ähm, ja. Das war's eigentlich auch schon von heute. Was kann ich noch erzählen? Ähm, ich war gestern auf einer Happy Hour von YouTube. Da hab ich auch wieder einige neue Leute kennengelernt. Unter anderem den Ease. Und, äh, der hat mir gesagt, ich kann seine Musik benutzen in Streams. Und das find ich ziemlich cool. Und, äh, das werd ich demnächst auch mal machen. Und, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr mir das ja auch mal in die Kommentare schreiben. Und, äh, ich möchte euch nochmal an dieser Stelle ganz recht herzlich loben, dass das so gut klappt im Moment, äh, mit den, mit den vielen Kommentaren und vielen, äh, Interaktionen. Also, ich hab sehr, sehr hohe Interaktionsraten im Moment. Und das merkt man einfach auch, dass dadurch die Views steigen. Ne? Also, ich möchte euch nochmal ermutigen. Macht weiter damit. Das ist unglaublich spaßig, euch, ähm, beim Kommentieren zuzusehen einerseits. Und natürlich auch selbst einzugreifen. Was heißt einzugreifen? Einzugreifen hört sich so negativ an. Aber selbst auch mit zu kommentieren. Und, äh, mit euch in Interaktion zu treten. Und, äh, sei es auf Discord, sei es auf Twitter, sei es auf YouTube selbst. Es macht unglaublich viel Spaß im Moment. Und, äh, ja, ich möchte, dass wir das irgendwie auch, ich sag's mal, weiterbringen können. Ein Stück weit, ne? Und, äh, deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt auch wieder einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Meinetwegen auch einen Daumen runter. Aber sagt mir warum einen Daumen runter, ne? Das, das hilft mir am besten weiter. Weil, dann kann ich sehen, wo kann ich noch dran arbeiten. Ähm, ich mein, ich mach ja auch nicht alles richtig. Ne? Um Gottes Willen. Möchte ich ja auch nicht behaupten. Und, äh, ja. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal ganz recht herzlich. Äh, wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Nein, Moment, wir sehen uns ja morgen um 5 Minuten Mittwoch. In der zweiten Staffel. Zweite Staffel. Unglaublich. Nein, Spaß beiseite. Wir sehen uns um 5 Minuten Mittwoch. Macht's gut, bis dahin. Haut rein. Und, äh, wir sehen uns um 5 Minuten Mittwoch. Und, äh, wir sehen uns um 5 Minuten Mittwoch. Und, äh, wir sehen uns um 5 Minuten Mittwoch. Und, äh, wir sehen uns um 5 Minuten Mittwoch. Und, äh, wir sehen uns um 5 Minuten Mittwoch. Und, äh, wir sehen uns um 5 Minuten Mittwoch. Untertitelung des ZDF, 2020